So, dann pack ich jetzt mal meine Sachen. Sie werden noch nicht wissen, was auf sie zukommt. Denn ich bin Hotelmann. Hi, mein Name ist Chuck. Und mein Name ist Hetz. Heute möchten wir euch einfach mal darin einweihen, warum in letzter Zeit so unregelmäßig Videos kamen. Videos? Unregelmäßig? Was? Wir machen Videos? Wie bedient man denn so ein Ding? Ich hab doch keine Ahnung. Auf nach Berlin. Sieh mich an, ich bin Tenzer. Ich kann nicht ohne Internet. Ich war für fünfte Zugfahrt unbedingt Internet. Das kaufe ich mir jetzt. Ich muss noch skypen mit Demon und mit Kevin. Ich kann das von meiner Bandbreite nicht bezahlen. Lieber einmal einen Hotspot im IC. Ja, komm mal, soll ich fritzen. Oh, du Kacken, ne? Ich wollte noch Sachen fertig schrauben. Wir sind hier gerade auf dem Weg nach Berlin. Halten gerade am Magdeburg-Hauptbahnhof. Und, äh, eigentlich kann ich alles mit dir haben. Ja, ganz große Problem. Wir haben kein Internet. Wir sind gerade dabei, die Möglichkeiten für unseren Kanal ein bisschen weiter auszubauen. Und unser Team hilft uns dabei, wo es nur geht. Deshalb sind wir in einer strengen Dall-Mission nach Berlin gefahren. Aber trotzdem wollen wir euch an dieser lebensverändernden Phase dran teilhaben lassen. Weil wir auch so gern haben. Ah, hässliche Graffitis, wir müssen in Berlin sein. Guck mal, da ist auch ein Zug mitten im Gebäude, hast du gesehen? Tens, wir tritt jetzt das erste Mal wie der Berlinale Boden. Oh, oh, oh. Denk dran, wird irgendjemand auf dich zurennen und ruft, äh, willst du nicht schaffern von Apple Watch? Direkt in die Fresse hauen. Wir haben keine Zeit. Das mache ich doch immer so. Funfacts, did you know? Zwölf ist meine Lieblingszahl. Was machen die denn dann, wenn es hier brennt? Auch bei Barsch. Darf es hier nicht brennen. Ach so, okay. Oh nein, nein, Gigaplex. Und wir sind draußen in Berlin. Das ist ein Motel und da übernachten wir heute. Nobel, Nobel, die lassen ja echt was springen, ne? Geht mal deine Datenpreise hier Gigaplex los. Ich höre auf, das macht mich nervös. Ja, gut so. Kamera-Sception. Genau das gleiche, aber schön, dass du ein Einzelzimmer hast, ne? Bist du irgendwer Wichtiges von Apple Watch oder so, dass du ein scheiß Einzelzimmer kriegst? Das haben wir falsch gemacht, ja. Ja, irgendwie schon. Bei mir passt jetzt noch jemand hin, bei euch ist es ein bisschen eng. Macht nichts, wir mögen eng. Gucken wir uns, wirken mal die Aussicht an hier. Nein, spring nicht! Das ist die Aussicht von unserem Hotel. Oh, guck mal, Tens, die haben diese leckeren Getränke wieder im Bad liegen lassen. Oh, toll. Ich finde das ja voll kacke hier, ja. Die haben uns gar keine Handtücher in den Bad gelegt. Das ist nicht gut, ja. Das merke ich mir, das Hotel. Leider gibt es aber auch eine traurige Nachricht. Wie einige von euch auf Facebook oder Twitter vielleicht schon erfahren haben, hat Adi unser Team aus freien Stücken verlassen und ist fortan kein Mitglied mehr von Apple... Kannst du das bitte sein lassen? Wie ihr auf Facebook oder Twitter vielleicht schon mitbekommen habt, hat Adi aus freien Stücken unser Team mittlerweile verlassen und ist fortan kein Mitglied mehr von Apple Watch Pictures. Aber warum machst du das denn? Weil YOLO. 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 Es war deine freie Entscheidung, wir vermissen dich jetzt schon, aber du möchtest das gerne machen und wir möchten dich nicht daran hindern. Wir wünschen dir als alten Kameraden auf all deinen Wegen alles Gute und salutieren für dich ein letztes Mal. Hier sehen sie unseren Netzwerksklaven von Divimove, der uns leider abholen muss. Der ist sehr begeistert. Wir machen ihm gleich die Hölle aus. Nein! Quatsch, will doch nicht. Du bist dann einmal in Berlin und dann erkenne einen gleich Leute. Direkt in die Fresse hauen, wir haben keine Zeit. Ja, Mann, Ruhe! Also ich erkläre dir schon mal unser Konzept bei verrückten und mal nicken und grinsen. Okay. Hey, Tens. Und ein Gigapack. Entziehe dich der Filmereinigst. Hallo, Tens. Hallo. Wo sind wir? Bei Divimove. Achso, ein aufweisbares MG, auch schön. Da geht der Chef. Tens, guck mal, komm mal schnell. Oh, du bist. Tick, kann ich auch nicht gucken. Was kannst du eigentlich? Alter, lass doch doch dich stehen, du nust. Und. Au. Ja, oh. Au, 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 au. Den Finger, au. Bisschen zu viel Kraft. Ja, ja, ja. Dein Ruder. Du kannst mich mal. Das war fake. Yeah. Oh, loser. Guck mal, guck mal, guck mal. Hast du gesehen? Jetzt hier einen Schuss, einen Treffer. Das ist kaputt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Und deshalb ist uns dieses Netzwerk schon mal mega sympathisch. So muss das. Retro und shit. Und dann auf in die Verhandlungen. Ab jetzt ist alles geheim. Genau. Du, du, du. Hast du ein neues Tattoo machen lassen, habe ich gesehen. Fäß. Merchandising. Hier, respan me. So funktioniert das. Einwandfrei. Das sagt mir gar nichts. Was ist denn das für eine Firma? Tens müffelt die erste. Ja. Stimmt. Haben wir im Kasten. Und dann hauen wir wieder ab. Würde ich sagen. Ja. Weg hier. Durch das Leben, ne? Hast du einen Abzell da mitgenommen? Ja, ich hab einen Affen geklappt. Ey, das ist eigentlich ganz gut. Hier, nimm mit. Was machst du denn da? Ich packe das Free WiFi ein. Du bist alles Idioten. Ey, das hat er geklaut von Apple Watch. So, und ich würde sagen, das war's dann von unserer Berlin-Tour. Sagt alles schön Tschüss. Tschüss. Und lass uns fast noch vom Fahrradfahrer rüberfahren. Und, äh. Groovy. Wir starten jetzt wieder durch. Uns macht Apple Watch mehr Spaß als jemals zuvor. Und das wollen wir euch auch zeigen. Das erkennt ihr zum Beispiel an den ganzen Apple Watch-Filmen oder an den neulich gestarteten Funfact-Format. Und wir sehen es an den Bewertungen und an den Kommentaren, die ihr halt da habt. Danke. Also, macht euch keine Sorgen. Wir werden A. Niemals. Und B. Aufhören. Wenn sich also etwas ändert, dann, dass wir noch viel mehr Zeit in Apple Watch investieren und dass wir unsere Möglichkeiten endlich mal voll ausschöpfen können. Darum genug gelabert. Wir freuen uns, dass wir mit euch in eine noch viel längere Zukunft gehen können und noch viel mehr Filme. Ey. Ey. Was soll das? Nein.